Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von profischnapp.de und mein Objekt der Begierde ist der CA0404 Cozy Relax Art 04 von Hukla. Das ist so die Luxusversion der Relax-Sessel von Hukla. Ich mache das mal ein bisschen weg. Sie können den natürlich drehen, aber Sie können auch schon so sehr gut drin sitzen. Hier haben Sie vier Tasten. Die erste Taste ist für das Fußteil, die andere Taste für den Rücken. Können Sie gleichzeitig betätigen. Fußteil kommt raus, Rücken geht runter und jetzt kommt die Herz-Waage-Position. Wow! Hier auf der anderen Seite kann ich dann die Feinjustierung vornehmen, kann das Kopfteil noch hochnehmen. So, zum Fernsehschauen ist das jetzt nicht unbedingt die ideale Position. Da muss ich dann etwas vorgehen, damit die Beine runtergehen. So, wunderbar. Aber für die Entlastung der Beine, für den Blutrückfluss ist diese Position natürlich gigantisch. Die sogenannte Herz-Waage-Position. Nun, was gibt es noch zu sagen? Also ich will gar nicht mehr aufstehen. Ich finde den Sessel einfach prima. Das ist der beste Sessel, den ich im Moment habe. Okay. Und den verkaufe ich nicht an jedermann. Da müssen Sie schon jemand sein, der das schätzt. Yo! Ich gehe mal zurück. Was passiert dann? Jetzt bin ich zurück. Okay. Jetzt passiert gar nichts, weil jetzt... Ah, doch, jetzt geht er noch weiter hoch. Jetzt bin ich zurück. Normale Position. Ich gehe nochmal drauf. Bleib drauf. Bleib drauf. Bleib drauf. Er stellt zurück. Bleib drauf. Ah! Und jetzt wird die Aufstehhilfe ausgelöst. Die Aufstehhilfe hilft, mir aufzustehen, wie sie sagt. Jetzt geht sie hoch und jetzt kippt sie nach vorne. Wunderbar. Und ideal ist sie übrigens auch zum Hinsetzen, weil ich da nicht so tief nach unten plumpse. Und dann muss ich einfach nur hier die vorderen zwei drücken. Dann geht der Sitz gerade und der Sessel fährt runter. Übrigens beim Aufstehhilfe aktivieren können Sie den Sessel nicht drehen aus Sicherheitsgründen. Cosi Relax Art 04 hat schon wirklich viele, viele Vorteile. Ist schon ein genialer Sessel für optimale Bequemlichkeit. Ein Luxussessel mit Herz-Waage-Position, mit durchgehenden Armlehnen, die sich dann in der Biegung verändern. Einfach toll. Einfach super gut. Ich kann jetzt hier eigentlich keine Kritik finden. Okay, optisch. Ja, kann man sagen, ist mir zu wuchtig. Aber der Sessel hat natürlich einen Komfort, der ist gigantisch. Wenn Sie sowas suchen, habe ich ein Schnäppchen für Sie. Advertising. Und zwar dieses hier. Von einer Messe. Für 1.590 Euro. Dieses Schnäppchen plus 99 Euro Versandkosten. Profischnär.de Ihr Online-Outlet für Marken-Relax-Sessel sagt Danke. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und schauen Sie regelmäßig bei uns rein unter profischnab.de Sehen Sie, was wir gestern, vorgestern und heute eingestellt haben. Dankeschön und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt von profischnab.de Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.